hallo und herzlich willkommen zu mein kraft war ein thema ja ich wollte ja noch ein paar infos vergeben dachte ich mal ich mache einfach mal ein thema wie das wieder mich das gemacht hat und zwar ich wollte eigentlich gerade bett sich aufnehmen was ja nicht so gut geklappt hat wird wird heute nicht wie getroffen oder so wenn ich jedoch egal er hat dort mit vier aufnehmen immer aufgefahren dass die beta schon wieder geschlossen wurde er war nicht halt war halt mal nicht so gut gestern das war ein Millimeter jungen Sammeln gestern gestern danke drinnen auch der hat man nicht schlecht mit dem bogen gerade ja es ist ja es ist schwer zu kommentieren und dann der Fertig zu zu spielen um ja wie gesagt ich wollte eigentlich bett sich aufnehmen und da ist die beta schon geschlossen kann man nichts machen und ja ich hatte heute schularbeit ich hoffe dass das ganze geht gut aus und mehr wollte ich eigentlich gar nichts sagen als dass die beta wieder gerade geschlossen wurde deswegen gehe ich jetzt da rein und ich mich dabei hat in einen fein so wie steht es dann nicht abbrech ist extrem schlecht egal hallo 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 spätbar hallo 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 mein Schott egal um ja ich dachte es uns bald steht wieder gegen hier und ja ne aufnahme in battlefield 4 hatte ich eigentlich noch da war wieder ein sound fail so wie in der letzten mir smarte aufnahme also es läuft gerade bei mir extrem nicht gut ja und wenn dann battlefield 4 rauskommt dann würde ich das aufnehmen wahrscheinlich der multiplayer also wenn dann das richtige Spiel rauskommt ich muss sagen die beta wäre mit den drei Modi relativ geil zu spielen ja da hat sich jetzt keine chance ohne einschlag abzukommen hat mich der zweck gemacht ja ich hoffe ihr habt das Geräusch mit der Konten nicht gehört mein Freund spielt gerade battlefield 3 hallo Patrick komm nein muss das sein gerade der trifft noch egal ich hab zwar schlecht gespielt aber ich wollte einfach nur die Info übergeben und das habe ich jetzt auch gemacht also bis zum nächsten Mal tschüss